Wir haben heiße Neuigkeiten, die sich auf die Zukunft unseres Teams auswirken könnten. Laut dem japanischen Sportmagazin Sponichi Annex ist der Transfer von Kaishu Sano zu Borussia Mönchengladbach praktisch abgeschlossen. Der defensive Mittelfeldspieler der Kashima-Antlas wird voraussichtlich für rund 4 Millionen Euro zum deutschen Klub wechseln, die Verhandlungen befinden sich in der Endphase. Sano, der bei den Kashima-Antlas hervorragende Leistungen erbrachte, wird voraussichtlich am 30. Juni sein letztes Spiel in Japan bestreiten, bevor er nach Deutschland reist, um sich einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen und seinen Transfer abzuschließen. Die Entscheidung der Antlas, ihren leistungsstärksten Spieler zu entlassen, fiel ihnen schwer, aber das hohe finanzielle Angebot und Sanos eigener Wunsch wogen den Ausschlag. Interessant ist, dass neben Mainz 05 auch der SV Werder Bremen und unsere Borussia Mönchengladbach Interesse an dem 23-Jährigen zeigten. Sano schaffte es, sich als Stütze im Zweitplatzierten der J-League zu etablieren, was ihm sogar eine Berufung in die japanische Nationalmannschaft einbrachte. Mit einer Ablösesumme von rund 4 Millionen Euro wird er zum teuersten Spieler, der jemals in der japanischen Liga verpflichtet wurde. Aber warum erregt Kaishu Sano so großes Interesse? Schauen wir uns seinen Spielstil genauer an. Sano ist bekannt für seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen, sein präzises Tackling und seine Fähigkeit, den Ball effektiv zu verteilen. Seine konstante Leistung und seine Fähigkeit, die Verteidigung zu schützen, sind genau das, was viele Teams von einem defensiven Mittelfeldspieler erwarten. Für Borussia Mönchengladbach könnte die mögliche Verpflichtung von Sano ein wichtiger strategischer Schachzug sein. Unser Team hat versucht, das Mittelfeld zu stärken, und die Hinzufügung eines Spielers mit den Eigenschaften von Sano könnte das Niveau des Teams verbessern. Darüber hinaus machen ihn seine Jugend und sein Entwicklungspotenzial zu einer wertvollen Bereicherung für die Zukunft. Obwohl die Verhandlungen mit Mainz 05 weit fortgeschritten sind, besteht für die Borussia noch eine Chance, ins Rennen zu gehen und sich dieses vielversprechende Talent zu sichern. Schließlich wurde das Interesse unseres Teams bereits bekundet und die endgültige Entscheidung kann noch Überraschungen bereithalten. Stellen Sie sich vor, Sano trägt das Potros-Trikot und hilft unserem Team, neue Höhen zu erreichen. Und jetzt möchten wir von Ihnen hören, Fenn, was halten Sie von Kaishu Sanos möglicher Ankunft bei Borussia Mönchengladbach?